Zahnbra 1 Viertel Zeken sind ein wichtiger Bestandteil der Zahnpflege und kann ihn dazu beitragen, das Latschellen und die Kauffähigkeit eines Menschen zu verbessern. Es ist daher wichtig, dass man seine Zahnbra 1 Viertel Zekai richtig pflegt, um sie so lange wie maglich in gutem Zustand zu halten. In diesem Video werden wir einige Tipps und Tricks zur Pflege Ihrer Zahnbra 1 Viertel Zekai besprechen, um sicherzustellen, dass sie lange HLT und gut aussieht. 1. Regelmaeige Reinigung Die regelmaeige Reinigung Ihrer Zahnbra 1 Viertel Zekai ist entscheidend, um Ablagerungen von Speiseresten und Plagg zu entfernen. Verwenden Sie am besten eine weiche Zahnbra 1 Viertel RSTE und spezielle Interdentalba 1 Viertel Sten oder Zahnseide, um auch die Zwischenraum EGA 1 Viertel endlich zu reinigen. Achten Sie darauf, auch die Stellen unter der Bra 1 Viertel Zekai Sorgfalti G zu reinigen. 2. Verwenden Sie spezielle Reinigungsmittel Es gibt spezielle Reinigungsmittel FA 1 Viertel R Zahnbra 1 Viertel Zeken auf dem Markt, die Ihnen helfen Kanin, Plagg und Wehrfarbungen zu entfernen. Diese sollten regelmaeig angewendet werden, um die Bra 1 Viertel Zekai in gutem Zustand zu halten. 3. Vermeiden Sie harte oder klebrige Lebensmittel Harte oder klebrige Lebensmittel Kanin, die Zahnbra 1 Viertel Zekai beschadigen oder lockern. Versuchen Sie daher, auf solche Lebensmittel zu verzichten oder sie zumindest mit Vorsicht zu essen, um Schadin zu vermeiden. 4. Regelmaeige Kontrollen beim Zahnarzt Es ist wichtig, regelmaeige Kontrollen beim Zahnarzt durch zu FA 1 Viertel Rennen, um sicherzustellen, dass die Zahnbra 1 Viertel Zekai gut sitzt und keine Schadin aufweist. Der Zahnarzt kann auch Empfehlungen zur Pflege und Reinigung geben, um Probleme FA 1 Viertel zeitig zu erkennen und zu beheben. 5. Bei Problemen sofort den Zahnarzt aufsuchen Wenn Sie Schmerzen, Lockerheit oder andere Probleme mit Ihrer Zahnbra 1 Viertel Zekai bemerken, zahlgern Sie nicht und suchen Sie sofort Ihren Zahnarzt auf. Je fra 1 Viertel her Probleme erkannt und behandelt werden, desto besser sind die Chancen, dass die Bra 1 Viertel Zekai gerettet werden kann. 6. Reinigung unter der Bra 1 Viertel Zekai Die Reinigung unter der Zahnbra 1 Viertel Zekai kann etwas knifflig sein, da der Zugang ein Geschra 1 KT ist. Verwenden Sie dazu am besten spezielle Interdental-Bereinviertler-Stan oder Zahnseide, um die Zwischenraum-E zu reinigen. Alternativ kann Ihnen Sie auch eine Mundspareinviertelung verwenden, um Ablagerungen zu lassen. 7. Vermeiden Sie Rauchen Rauchen kann nicht nur zu Wehrfarbungen der Zahnbra 1 Viertel Zekai FA 1 Viertel herrennen, sondern auch das Zahnfleisch herdigen und die Lebensdauer der Bra 1 Viertel Zekai Werke 1 Viertel Zenn. Wenn Sie Raucher sind, sollten Sie dringend versuchen, damit aufzuharrennen, um die Gesundheit Ihrer Zahnbra 1 Viertel Zekai zu Scha 1 Viertel Zenn. Zusammenfassend ist es wichtig, dass Sie Ihre Zahnbra 1 Viertel Zekai Regelma-Eich reinigen und pflegen, um sie in gutem Zustand zu halten. Mit den richtigen Pflege- und Reinigungsmitteln sowie Regelma-Eigenkontrollen beim Zahnarzt kann Ihnen Sie sicherstellen, dass Ihre Zahnbra 1 Viertel Zekai lange HLT und gut aussieht. Achten Sie darauf, auf Ihre Ernährung zu achten, Zahnarztbesuche nicht zu vernachlässigen und bei Problemen sofort zu handeln, um Schadin zu vermeiden. Ihre Zahnbra 1 Viertel Zekai ist ein wichtiger Teil Ihrer Zahngesundheit, also geben Sie ihr die Aufmerksamkeit, die sie verdient.